Ich heisse Lobrebi, ich bin Pilzkontoleur im Oberenamt. Schauen wir mal, was wir finden. Hier haben wir sehr junge Trombetenpfifferlinge, genannt auch durchbordnige Leislinge. Das sind typische Herbstschwimmungen, die sehr gut sind. Man kann sie teeren, man kann sie in Risotto machen, man kann sie gut eingefrieren. Fast für alles ist das verwendbar. Vor mir habe ich hier einen Stoppelpilz. Und zwar heisst er Abrichtspilz. Man sieht das wunderbar. Die schönen grossen Stoppeln, die er hat. Und der Hut ist eine dachziegelige Schuppe drauf. Er ist ein sehr guter Speisenpilz, aber nur als Gewürzpilz oder im Essig. Wir haben einmal den Fichtereizker und wir haben einmal den Lachsreizker. Der Fichtereizker hat immer etwas Grünes am Hut und der Lachsreizker hat am Stamm Lachströpfchen. Und es ist viel der röterer Pilz. Sie sind beide essbar, sie sind aber beides Bratpilz. Ohne Stamm, nur den Hut um den Braten. Und schönes Ohr kann dazu. In allen Orten, wo er anlängt, wird er sehr schnell wüsst. Und was er typisch auszeichnet, die beiden machen das. Die haben rote Milch. Vor uns zu haben wir einen rotschillig Ledertäubling. Er ist sehr ein Kechenpilz, ein festes Pilz. Er ist ein guter Speisenpilz, er eignet sich sehr gut zum Teeren. Wieso ist es denn? Der rotschillig Ledertäubling hat immer etwas Grünes am Hut. Ein bisschen grün ist immer. Und der Stüll ist rot anlaufend. Und die Lamellen aussplittern bei dem und sie creme Farben. Der Frauentäubling hat immer etwas Grünes am Hut und die Farbe kann bis Violett sein. Typisch auszeichnet tut er. Das ist der Täubling, der nicht aussplittende Lamellen hat. Da kann man durchfahren, die Lamellen sprittern nicht aus. Das ist ein sehr guter Speisenpilz. Vor mir habe ich hier einen Schwefelkopf. Und zwar einen rauchbettrigen Schwefelkopf. Es ist ein Speisenpilz. Der wächst nur auf Holz. Und bei diesem kann man nur das Hütchen brauchen, weil der Stamm ist faserig und zäh. Vor mir zu habe ich einen grünbettrigen Schwefelkopf. Wie gesagt, der wächst auch wieder auf Holz. Wie die Rauchblätterung. Was der Unterschied ist von dem? Der hat grüne Lamellen. Und hat leicht am Stamm geschubbt. Und oben das Wasser zeigen, wie alle Schwefelkopf eigentlich haben. Und diese grüne Blätterung ist also giftig. Hier haben wir ein Exemplar, wo wir die Verwandten von diesem haben. Und zwar ist es ein ziegelrote Schwefelkopf. Der kommt auch nur auf Holz. Und ist auch giftig. Das darf man nicht essen. Vor uns zu haben wir einen purpurfilzigen Holzritterling. Das ist ein Pilz, der auch nur auf Holz wächst. Ist aber ein bedingtessbarer Pilz. Das heisst, man muss ihn zuerst abgeschwellen. Das ist ein sehr guter Speiserpilz. Man kennt ihn am purpurhut. Und purpur hat er auch am Stamm. Und es ist ein Lamellenpilz. Ein Blätterpilz. Der hat leicht gelbe Lamellen. Hier haben wir den Mönckskopf. Wieso ist es der Mönckskopf? Der hat einen blassen Hut. In der Mitte immer ein Gipfel. Und sehr bleich. Er hat einen sehr zähen Stamm. Den Mönckskopf berüstet man auch so. Wie so gut. Der Rest ist ein sehr, sehr guter Speisenpilz. Man kann einen teeren. Wovon er am teert am besten ist. Wirklich frisch ist er. Er hat leicht einen säuerlichen Geschmack. Aber nicht schlecht. Nebelgrauen Trichterling. Das ist ein typischer Herbstschwung. Es ist ein bedingtessbarer Pilz. Man schwellt ihn ab. Und dann kann man ihn mitkochen. Mitkochen, mit dem Rahu. Oder eingefrieren. Es ist fast etwas kleberig. Das ist das typische. Hier haben wir eine Flasche-Bowiste. Alle Bowisten sind essbar. So lange als sie in der Mitte weiss sind. Typisch ist es der Püttelstäubling. Mit spitzigen Schuppen drauf. Er ist ein sehr guter Pilz. Nur zum Brädeln. Denn er hat leicht leuchtgasartigen Geschmack. Jetzt anschneiden wir, ob er wirklich schön weiss ist. Wenn er nicht weiss ist. Das ist noch sehr gut. Kann man also so essen. In Scheiben schneiden und so anbrädeln. Hier sehen wir einen Marronen-Röhrling. Wieso ist es ein Marronen-Röhrling? Dieser Röhrling hat einen braunen Stamm. Er hat einen braunen Hut. Und wenn man die Röhre anlängt, dann verfärben sich die blau. Ein sehr guter Speisenpilz. Wir haben hier einen Steipilz gefunden. Einen schönen Herbststeipilz mit einem dicken Stamm. Der Steipilz hat einen braunen Hut. Er hat am Stamm oben ein weisses Netz. Wenn er jung ist, sind die Röhren weiss. Wenn er halbgross ist, sind die Röhren leichtgelb. Und zuletzt sind sie grün. Und wenn die Röhren gelb und grün sind, nimmt man die Röhren ab. Aber so lässt man alles daran. Wir haben alles so zu essen. Ein brauner Hut. Rote Röhren. Rote Flocken am Stamm. Das ist der Schusterpilz. Auch genannt Flockenstilliger Hexenröhrling. Das ist typisch, wenn man anschneidet, dass er sofort blau. Wichtig ist beim Flockenstilliger Hexenröhrling, wenn man ihn zubereitet und kocht, Minimum 4 Stunden 20 Minuten kochen. Weil er sonst eine leichte Unverträglichkeit hat. Vor mir zugesagt, ein Knollenblätterpilz. Und zwar hat er nicht einen Knollen, sondern er hat unten einen Röhren. Der verjüngert nach unten. Wieso sieht man, dass es ein Knollenblätter ist? Der Knollenblätter hat immer Wellumresten am Hut. Da sind sie schon abgeregnet. Und darunter kommt die rote Farbe. Und alle Frassstellen vom Stamm, wo das Würmchen durch ist, oder die man verletzt, laufen dann rot an. Das Wichtigste ist, er muss eine Manschette haben, die greift ist. Es ist ein sehr guter Speisenpilz. Der Grau Wulstling, der hat nie Röten, Hut, Haut, Haut, alles, bleibt weiss, wenn man sie dort abziehen. Wie man da sieht. Der Grau Wulstling, der hat einen Herdöpfelsack Rübengeschmack, richtig schlechten Geschmack. Und den essen wir nicht mehr, wegen der Verwechslungsfahrt mit dem Panther. Von uns zu haben wir einen Pantherpilz. Das heisst, ungereifte Manschette, also so ungereifte Manscheftige, kräftige Stilbasis, eingepfropft in eine Knolle. Dieser Pilz kommt zu einer Knollen aus. Was typisch ist, die weissen Wellumresten. Da sieht man genau, dass es eine Amanita-Art ist. Sehr, sehr giftig. Grauer Scheidenstreifling, wieso? Der hat eine lappige Scheide, wie man sagt. Es ist also ein Knollenblätter, aber es ist auch wieder einer der Knollenblätter, den man hier essen kann. Der Hutrand ist richtig, hat richtige Streifen dran. Sehr, sehr gepächtes, zarte Pilz, sehr gut zu essen. Hier haben wir jetzt Knollenblätter wieder. Und zwar ist das der der Merlinpilz, der Fleugenpilz. Man sieht das wunderbar, mit diesen schönen weissen Pünktchen oben drauf, mit denen alle Knollenblätter haben. Er ist giftig, das heisst, er hat das Gift als Muscarin, das gibt Seh- und Gehsstörungen, wenn man ihn essen. Darum isst man den nicht. so sehe ich, dass das ein Champignon ist. Alle Champignons, wenn sie jung sind, haben sie schon leicht rosa Lamellen. Im Alter werden sie schokoladenbraun bis schwarz. Das heisst also, wenn ihr weissen Pilz findet, die weisse Lamellen hat, ist es sehr, sehr gefährlich. Dann sind wir bei den Knollenblättern. Und Champignons haben rosa Lamellen, eben wie schokoladenbrun bis schwarz. Schokoladenbrun bis schwarz und ist ein sehr, sehr guter Speisenpilz. Und der heisst, der Schiefknollige Änis-Champignons, wie er sich da darstellt. So wächst er. Da haben wir einen weissen Pilz, Kalkweiss, da oben. Und die Lamellen sind leicht rosa. Da sieht man es besser, ist ein seltenes Exemplar. Dieser Pilz riecht sehr stark nach Mehl. Er heisst aber auch, Mehl-Räsling. Nicht zu verwechseln, oder man darf einfach keine weisse Pilze nehmen, die wirklich weisse Lamellen haben. Denn da sind wir bei den Knollenblättern. Und das ist da nicht der Fall. Immer in die Schneide einsehen, sind die wirklich immer schöner rosa. Zu den Lamellenpilzen ist folgendes zu sagen. Alle Zimtroschfarbene, braune Lamellenpilze. Die Farbpaletten von braun bis blutrot sind sehr gefährlich. Und sie sind keine Speisenpilze. Sie sind zum Teil sehr giftig. Das ist zum Beispiel ein Haarschleierling. Die haben alle einen muffig erderlichen Geschmack. Das ist die grösste Sorten, die wir eigentlich haben. Bei uns wachsen 600 Arten. Und die sind alle mehr oder weniger giftig. Bei so zwei, drei Ausnahmen. Das Bild, das ich gerade vor mir habe, ist ein Haarschleierling. Man sieht das wunderbar. Er hat ein Haarflecht ringsherum vom Hut angewachsen in Stamm. Die grosse Gattung ist alle eigentlich giftig. Hier haben wir ein Exemplar, das sehr giftig ist. Und zwar ist das ein staublauer Rötling. Man sieht es gut. Er hat einen schönen blauen Hut. Er hat einen blauen Stamm. Und die Lamellen gehen leicht ins Rötling hinein. Sehr, sehr giftig. Von mir zu habe ich wieder einen sehr giftigen, und zwar den Seifer-Ritterling. An was man den kennt. Er hat untertölle Lamellen, wie alle Reiterlinge haben. Anastemosiert. Aussen kleine Schneiden, innen runde, bogige Lamellen. Er hat immer einen kleinen Grünton am Hut. Hier haben wir einen kleinen Trichterling. Der hat wie ein Trichter einen Hut. Und ganz feine Lamellen, die durch den Stamm herablaufend sind. Und man muss sagen, alle kleine Trichterlinge sind richtig giftig. Bei uns haben wir Bauchenspeitäublinge. Kirschrote Farbe. Sehr, sehr giftig. Und ist brennend scharf. Hier haben wir eine Schwefel-Welbe-Koralle. Früher sind diese häufig gegessen worden. Heute essen sie nicht mehr, weil sie stark abführende Wirkung haben. Essen tut man nur noch den Hanenkamm. Und der ist violett und der wäre sehr gut. Wenn jemand gar keine Ahnung hat von Pilz, soll er sie durch einen Pilzverein anschliessen. Und nicht an die Pilzbestimmung gehen. So hat er eine gewisse Vorkenntnis und auch gewisse Sorten Pilz, wo er weiss, das kann ich nehmen oder eben nicht nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 ث+. In der letzten Woche Untertitelung des ZDF, 2020